Der Betrieb ging bankrott. Das wusste er schon vorher. Warum hat er die Versicherung abgeschlossen? Und da musste er richtig viel löhnen, damit er so eine Versicherung abschließt. Das kostet. Und das hat er. Und da hat er keinen Fehler gemacht. Ich meine, er steht jetzt gut da. Aber das ist doch Vortäuschung falscher Tatsachen. Wenn er doch schon wusste, dass die Firma bankrott geht, dann wird die Versicherung doch gefragt haben, wie sieht denn die Bilanzen aus bei euch? Dann hat er ja belogen. Ja, die Versicherung muss sein. Aber wenn die Versicherung neuer ist, das wird schon dann noch nicht so weit gewesen sein. Die Versicherung hat das wohl über Prüfer, aber da wollen alle sie nachmachen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So eine Versicherung kannst du nicht über das Kreuz legen für so viel Geld, nein, nein. Die haben sich schon nicht kundig, wie es ist, mit der Überdiät. Und keine Versicherung. Und dann hat er gedacht, sie ist sicher, sie ist sicher. Dann sagen die Versicherung, wenn die Bankrott geht, dann ist sie weiter in der Arbeit. Er war ja der Chef. Er hat ja sowieso gesichert, ne. Und dann hat er gedacht, wenn es schief geht, dann bist du sie sichert. Und wenn nicht, dann ist die Arbeit. Die Versicherung sind teuer. Ja, und dann ist er noch... Ne Verhältnisse konnte ich nicht machen. Und die Altatüe noch. Ja. Jeder kann eben nicht. Das ist auch so eine Sache, ne. Ende November bekommen die Besuch. Wer? Ihr zwei. Wieso denn? Da kommt hier jemand zu euch nach Hause. War der ein Psychologe oder wer? Ne, ein Mann und eine Frau. Die werfen wir raus. Oh, ne. Der lässt sich aber nicht so schnell rauswerfen. Was? Wieso ist er eine Brocke, ne? Ne, der schmaler Hering. Aha. Der Ralle und der Conny kommen. Der Ralle und der Conny von einem Abendsbiet? Ja. Was wollen die denn hier? Die wollen mich mal besuchen. Der Ralle wollte aber mit dir was quatschen von früher. Bisschen die Schwarklappe, ne. Ach, wo Löwe. Da waren wir doch. Ne, da hab ich eben noch. Wir waren doch da. Auf dem Dachmutter. Die sind am 25. auch da. Ja. Wir hatten fest, waren wir noch da. Hör mal, wir werden ja mit der Stretchlimousine abgeholt, ne. Das weißt du ja, ne. Wow. Ja, was meinst du? Wieso? Nur für zwei Mann da sind? Du hast doch Sekt drin, ne. Ja, natürlich. Da schnappst du mir doch eine. Siehst du, wie du das für ein Arkel bist? Wieso, wir sitzen noch mit zwei Mann da drin? Warum schicken wir uns an die Stretch? Ja. Tja. Das machen wir doch nur, wenn mehrere Personen sind. Ne. Auch eine Person. Wollen wir jeden Tag machen mit der Limousine? Ja, das ist ja heute ja wieder Geld aus, wenn wir da völlig für die Kinder geholt, das Geld. Für den Pummenlager. Ja. Ich nehm immer noch eine Kinderjahle mit. Wenn alles rum, wenn alles. Das sieht das ja nichts davon. Ja. Ach, nein, nein, nein. Wir können sowieso noch. Ja, ja. Für die Seuschlinge ist das gut, wenn sie gesund Wasser sind. Sorry, die Schlinge ist das ja nicht. Im Kindergarten sind ja keine Säuglinge. Ja, gut, aber wenn das gut ist, ist das gut. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Wolltest du schon wissen. Wenn ihr sagt, das Wasser ist gesunder wie uns, dann muss ich ja sagen. Aber die machen ja diese Wasserproben. Und da sehen die ja was. Die wissen ja auch, was drin sein muss. Da muss ja auch irgendein drin sein. Ja, dann geh ich ja Kindjotwasser hin. Ja, das weißt du nicht. Spudelwasser ist, dann hätt doch auch alles. Dann gehen die ja auch Spudelwasser hin. Eigentlich. Nein, wenn die sagen, das Wasser ist gesunder wie das Wasser, dann trinke ich kein gesundes Wasser. Dann ist da mehr Eisen nur in und was weiß ich. Nee, das wird doch die Nebensachen, so die Arzneimittel, die da drin sind. Ja. Die da reingeflossen sind im Wasser, die werden damit gefiltert. Ja. Das Eisen und das Kalk. Na gut, aber die werden ja jetzt auch gefiltert. Die Schadstoffe werden, ne. Die Schadstoffe werden rausgefiltert. Ja, die Schadstoffe. Ja. Ja. Wie er sagt. Oder ist er nachgewiesen? Das muss wohl nachgewiesen sein. Da müssen ja Ärzte oder Professoren sagen, das stimmt. Ne. Das muss ja schriftlich haben, sonst glaubt er doch keiner. Das muss ja schriftlich haben. Jeder ist geprüft vom Professor so und so, oder das ist wirklich wahr. So und so und so. Ne. So und so und so. Ja, ich meine versuchen könntet, ja wenn die Firma, läuft der denn schon lange wie Firma. Weiß ich nicht. Aber du kennst auch nicht, ne. Woher soll ich den kennen? Ach du könnt, ja, die packt dir ganz Spanien mit und kennt die Firma noch nicht. Ach, die haben sie besucht, aber du kennst sie ja auch nicht. Nicht, dass er die Schöne darin löt. Das war vielleicht nicht. Seht. Da war die Einladung ist nur für sie, nicht für ganz Spanien. Für ganz Aranau. Ach. Der Alvis geht auch. Seht ihr da? Ne, ne. Ach. Und der Ralle macht da den Garten. Der gräbt den Garten um. Der sagt nur, er sieht sich schnell wie unser Schwarz. Und er sagt, er hat eine Lalle, woher. Der sieht sich besser anders hin.